Ein Hallo von mir, herzlich willkommen. Mein Name ist Jais und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Heute gibt es ein neues Bild und zwar ein Minenbild. Das habe ich genannt, das ist es mein Primetime. Deswegen, denn es ist vom Screw oder Ingemacht Prime. Im Stream haben wir das gemeinsam gespielt auf Legendäa und viele Leute haben im Stream gefragt, hey Prime was spielst du denn da überhaupt für ein Bild? Und ich habe dann Prime gefragt, du wie sieht es aus, kann ich ein Video darüber machen? Und er hat gesagt, klar, mach ein Video, hat mir alles geschickt und ich werde euch jetzt dieses Video präsentieren und deswegen danke an dich Screw, danke an Prime. Wir spielen ein Hardwired Set und ich möchte als allererster erklären, was und wie funktioniert Hardwired überhaupt. Ihr seht, ich habe unter meiner Anzeige von der Munition und so weiter jetzt zwei Zeichen, das rechte davon ist Hardwired. Das heißt also Hardwired haben wir an, deswegen leuchtet es auf. Wenn ihr jetzt eine Fertigkeit hinaus werft, dann geht die auf Cooldown. Die läuft also jetzt ab. Jetzt ist aber so bei Hardwired. Wenn ich in dem Fall meinen Drohnenstock hinunterlege, resettet ihr die Minen, also den Cooldown. Ich schmeiße die also raus. Wenn der Cooldown, wenn sie gezündet haben, lege ich den runter und ich habe sie schon wieder. Ihr seht also, jetzt sind sie aktiv und es läuft wieder ein Hardwired und zwar so ein graues. Wenn dieses Graue abgelaufen ist, nämlich jetzt, dann kann ich den wieder runterlegen und ich habe meine Minen wieder bereit. Nehme den wieder auf, warte bis dieses Hardwired Zeichen abgelaufen ist, das Graue. Und kann meinen Drohnenstock wieder runterlegen und kann meine Minen wieder schicken. Also so funktioniert das die ganze Zeit. Das ist das Prinzip von Hardwired. Alles klar, bei Fragen bitte unten hineinschreiben. Hardwired, wir schauen uns das Set gleich an, aber so funktioniert es auf jeden Fall. Das heißt also, ihr macht die Kugeln raus. Sobald sie auf Cooldown sind, benutzt ihr eine andere Fertigkeit. Dann geht die andere wieder aus dem Cooldown hinaus. Ich spiele die Kondensator und die Harmonie. Ihr könnt aufbauen, müsst es aber nicht. Es ist so, wir spielen dieses Set in Legendär zur Unterstützung, auch auf Heroisch zur Unterstützung. Ihr könnt es also immer zur Unterstützung spielen. Spielt es aber nicht Solo-Legendär. Es geht zwar Solo-Heroisch, ich finde es aber dann dauert es schon sehr lang. Ob es jemand probieren will auf Legendär, kann er gerne machen, aber es dauert. Sinn macht es mehr in der Gruppe, auch auf Legendär. Ihr habt dann schon einen hohen Schaden und in Kombination mit den anderen killt ihr halt dann die Gegner mit. Also Legendär ja, wenn ihr wollt, alleine, aber der Tipp in der Gruppe. Das Hardwired Set an sich, wie wir schon gesehen haben, wie es funktioniert. Diese Rückkopplung haben wir uns angesehen. Hat Fertigkeitentempo 15%, Fertigkeitenschaden 15%, 30% Reparaturfertigkeit. Deswegen spiele ich auch den Heiler-Drohnen-Stock, den ich dazu lege. Denn wir spielen Glaskonone. Hier diese Rückkopplung, die habe ich gerade erklärt. Und hier ist es so, hier werden eben die ganzen Fertigkeiten um 30 Sekunden verkürzt. Fertigkeitenschaden Reparatur steigert sich um 10%. Rückkopplung kann alle 20 Sekunden einmal auftreten. Ihr könnt das also alle 20 Sekunden machen, aber wir spielen den Rucksack und der zusätzlich drinnen Rückkopplung von 20 auf 10 Sekunden. Deswegen alle 10 Sekunden, Drohnen-Stock raus, schmeißen, Drohnen-Stock rein, warten, raus, rein. Geht die ganze Zeit. Ihr könnt das alle 10 Sekunden machen. Und wie spielen wir das Set? Auf der Maske spiele ich es mit Fertigkeiten, Schaden und Tempo. Tempo ist ein Mod, denn es gibt keinen Schaden-Mod. Also nicht jetzt reinschreiben, warum gibt es keinen Schaden-Mod oder so. Es gibt keinen Fertigkeits-Schaden-Mod. Und deswegen nehmen wir Tempo als Mods. Hab 10% Fertigkeiten-Schaden auf der Maske. Am Rucksack Fertigkeiten-Schaden und Tempo. Dasselbe wieder, denn ich kann nur die 2 nehmen. Dann spielen wir einen China Light Industry. Hier haben wir 15% Explosions-Schaden für die Minen, für die Clustermine. Wir schauen uns noch an welche das ist. Spielen Fertigkeiten Rang 6, also alles auf gelb. Und hier haben wir drauf Fertigkeiten-Schaden. Hier habe ich Reparatur-Fertigkeit drauf. Lieber wären wir Tempo und ein Tempo-Mod. Also Fertigkeiten-Schaden und Tempo wäre optimal. Aber habe ich noch nicht so bekommen. Hab es probiert zu farmen. Kommt aber irgendwann. Aber jetzt nicht. Und Glass-Kanone. Jeden Schaden, den Sie zufügen, ist um 25% verstärkt. Jeder Schaden, den Sie erleiden, ist um 50% verstärkt. Ihr könnt zwar mehr Schaden machen, kriegt aber auch mehr Schaden rein. Funktioniert aber wunderbar und deswegen in der Gruppe. Ihr lauft ja eh nicht vorne rum. Also mit dem Set steht ihr nicht vorne und macht so. Sondern ihr seid irgendwo in Deckung hinten. Und spielt dieses Spiel mit der Mine und mit dem Drohnenstock. Also ihr habt da vorne eh nichts verloren. Deswegen Glass-Kanone funktioniert. Das nächste Teil war so ein Wi-Fi-Ware-Handschuhe. Mit Fertigkeiten-Schaden. Hier eben so mit Tempo und Schaden. Und hier ist es auch egal, bitte die zwei Teile. Wenn ihr jetzt Wi-Fi links spielt und dafür den China rechts ist egal. Dann muss halt der Wi-Fi, wenn es der Wi-Fi im Rucksack ist, halt Schaden und Tempo haben und Glass-Kanone. Also hier ist es egal bei den zwei. Und die restlichen Teile. Hier haben wir noch drauf den Holster. Natürlich auch mit Fertigkeiten-Schaden. Und Hard-Wired-Knie-Schoner ebenso Fertigkeiten-Schaden. Simples Bild einfach zu bauen eigentlich. Also hier, die Hard-Wired-Teile habt ihr relativ schnell. Der droppt eh immer mit Fertigkeiten an. Dann könnt ihr, wenn ihr es in der Bibliothek habt, einfach rauf rekalibrieren. Das heißt, ihr besorgt euch die Teile und rekalibriert das rauf. Das Einzige beim Rucksack hier müsst ihr halt so lange farmen, wie ihr Gelb-Gelb und das habt. Oder Gelb-Gelb und das Talent stimmt nicht und ihr müsst das Talent ändern. So könnt ihr es eigentlich easy farmen. Die Minen an sich, welche spielen wir? Naja, wir spielen die Cluster-Mine, die Sucher-Mine. Mods, was habe ich hier drinnen? Und zwar hier sind nur, in Anführungszeichen, nur einmal Streuminen plus 1. Na, da geht nicht mehr. Und Schaden-Mods, also einmal 4,9 Schaden habe ich da drinnen. 4,3 reicht nicht für mich. Und einmal, oh, 4,1. Der geht leider auch nicht auf den Platz. Ja, also ihr seht, ich habe hier 4,1 Schaden und unten 4,9 Schaden. Und wie sieht es bei den Minen aus? Naja, wir haben auf Rang 6, den wir haben, 60% mehr Schaden und 6 Streuminen. Und die machen 3,1 Millionen Schaden. Ich muss aber dazu sagen, meine ist schon auf Rang 9 vom Know-how. Ja, also, wenn ihr nicht so hoch kommt und ihr seid noch nicht im Know-how weiter, deswegen ist es. Ja, also nicht reinschreiben, warum hat der eine mehr? Ich habe dasselbe gebaut. Schaut nach, ob ihr hier auch dieselbe Know-how-Stufe habt. Na, ich werde die noch auf 10 oder so ziehen, aber 9 habe ich im Moment. Das zweite Teil hier, einfach den Drohnenstock, hier den Wiederhersteller drinnen. Dann könnt ihr auch mit Top-Patrohnenstock spielen, wenn ihr wollt. Ja, dann bufft ihr halt die anderen. Ich finde den aber nicht schlecht eigentlich, den Wiederhersteller. Ihr heilt euch und die anderen, solltet ihr irgendwas bekommen und nehmt ihn halt dann auf. Ja, aber es ist jetzt einfach zusätzlich das Heiler-Teil. Na, es funktioniert also wunderbar. Wie sieht es aus bei diesem Set, wenn ihr legendär spielt? Stellt euch hinten hin, werft die Dinger raus und fertig. Ja, es ist das Einfachste, wie es zu spielen ist, wenn ihr Gegner habt und ihr könnt aufbauen, baut einfach auf. Na, und dann nehmt die Kondensator so raus oder die Harmonie kopfüber raus und fertig. Ja, und der Rest erledigt sich eigentlich von selber, denn das Bild, sehr geiles Bild, macht auch gut Schaden. Jetzt die zwei Hinweise, was noch dazu kommt. Ihr könnt in diesem Set auch alle zwei Minuten wechseln auf die PTSU-Datenhandschuhe und könnt den Overcharge machen. Ja, wenn ihr so wollt, es ist irgendwas auf Cooldown bei den anderen, vor allem auf Legendär oder im Raid oder so, dann könnt ihr hier dann einfach den Overcharge reintun. Wie funktioniert Overcharge? Ja, ihr schmeißt den raus. Ich muss hier bleiben. Ihr schmeißt den raus. Angelegt habe ich sie, oder nicht? Angelegt habe ich sie. Und dann zerstört ihr einfach euren Drohnenstock. Ja, dann habt ihr jetzt Overcharge. Ihr seht das Zeichen, das blaue. Dann resettet ihr alle Hives, ihr resettet mal alles. Ja, und dann, wenn das durch ist, denn ihr habt ja keinen Cooldown, dann könnt ihr euch wieder das andere Teil reintun. Ja, dann nehmt ihr wieder das Wifern rein und fertig. Das heißt, ihr seht jetzt auch noch den Cooldown laufen, könnt also alle zwei Minuten overchargen. Ja, auch ein Vorteil von diesem Set. Und der zweite Bonus, und der betrifft den ersten Raid, den dunklen Stunden Raid. Ihr könnt dieses Bild auch zum Drohnenzerstören nehmen. Ja, wer die Mechaniken oder die Abläufe kennt, beim Razorback am Ende, hier könnt ihr dann einfach den Impulsgeber reintun, und zwar das Störgerät. Und könnt dann die Drohnen machen. Denn die spawnen innerhalb kürzester Zeit. Also Razorback bekommen eine Menge Drohne. Ihr habt dabei einen großen Radius. Zündet einmal den hier. Das heißt, das war das Erste. Dann legt ihr euren Drohnenstock raus, nehmt ihn auf und habt ihr es wieder aktiv. Ja, und könnt also jetzt, Razorback kommt nochmal, das zweite Mal abschießen. Dann habt ihr das zweite Mal die Drohnen erwischt. Ja, das könnt ihr so ewig lang machen, wie ihr seht. Hat Wired eben. Ja, also das könnt ihr dann auch mit diesem Set spielen. Ja, also sollte irgendwer Razorback gerne die Minen machen, also die Drohnen machen. Dann spielt dieses Set eben dann mit dem Störgerät. Jo, so sieht dieses Set aus. Zur Spezialisierung, bevor ich es vergesse. Hier nehmt ihr auch noch ein bisschen Explosionsschaden mit. Deswegen diese Spezialisierung. Sehen wir hier, Zerstörungsexperte. Wenn wir hier nämlich reinschauen, dann haben wir irgendwo, wenn ich es finden würde, mehr Explosionsschaden. Äh, hier, 10% höherer Explosionsschaden. Hier ist er doch. Ja, also hier, nehmt ihr nochmal 10% Explosionsschaden mit. Ja, und deswegen Zerstörungsexperte. Das zur Spezialisierung. Ja, sehr gut. Ja, somit, ich hoffe, das... Kopfhörer weg. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Ja, Kommentare rein. Ja, könnt ruhig, Hashtag Prime. Ja, danke nochmal an dich. Und somit, Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Somit ist das Video zu Ende. Und du hast jetzt die Möglichkeit, hier zwei Videos noch zu sehen. Hast hier unten die Möglichkeit, den Abo-Button zu drücken. Und die Glocke zu aktivieren, um kein Video auf meinem Kanal zu verpassen. Ja, somit alles machen.